Nummer 8. Queen Mary. 2018 geborene Stute von Qualito 1, Coolio Eiger 1. Aus der Zucht und dem Besitz von Karl-Heinz Engel aus Gabsen. Queen Mary hatte 2022 einen Hengstfoden von Casalido. Sie glänzt nicht nur als Zuchtstute, sondern auch als athletische Sportlerin mit beeindruckendem Potenzial. Diese Qualito-Tochter vereint souveräne Gelassenheit mit einer natürlichen Lockerheit. Mit erheblichem Vermögen und ausgezeichneter Vorsicht ausgestattet, meistert sie den Springparcours mit turniersportlichem Nachweis. Ihre Halbschwester Chantella von Casalido fand über die Pferden nach hohen Optionen im vergangenen Jahr neue Besitzer. Aus demselben Mutterstamm kommt der Sportler Champions League von Cador. Er fand 2013 über die Pferden nach hohen Optionen ein neues Zuhause und ist mit seinem Reiter Sham Workley international 1,60 erfolgreich. Nummer 8. Queen Mary. A mare born 2018. Sie ist bei Qualito, Coolio Eiger. Kunder EU are MDR 2021 CP 19 Im designated Vielen Dank.